Datenschutz, der war doch daran schuld, dass wir noch immer in der Pandemie sind. War das nicht so? Das hat zumindest der liebe bayerische Ministerpräsident so oder so ähnlich in einer der beliebten Talkshows rausgehauen. Speziell die schwarze Fraktion im Bund scheint davon überzeugt zu sein, man darf doch nichts zu verbergen haben. Zumindest, wenn es um andere geht. Die Herausgabe der eigenen Daten wird am Beispiel von von der Leyen recht schnell verweigert. Doch speziell zur Corona-Warn-App wurde hier gesagt, dass man viel größere Wirkungen erzielen könne, wenn man doch nicht so viel Wert auf den Datenschutz legt. Der Datenschutz als Sündenbock. Und hier setzt das heutige Video an, denn das ist Quatsch. Ihr seid Informatiker oder auf dem besten Weg dahin und auch euch wird immer wieder entweder vorgeworfen werden, dass ihr zu viel Wert auf Datenschutz legt oder dass ihr viel zu wenig Wert auf Datenschutz legt. Ich beschäftige mich ja am meisten mit Data Science und mit IT Security und speziell beim Datenschutz scheinen hier Welten aufeinander zu treffen. Die Luca-App und die Corona-App machen es vor. Beide wurden entworfen, um Verfolgung von Infektionen zu erleichtern. Dass die Luca-App technisch das nicht leisten kann, das ist ein ganz anderes Thema. Das habe ich ja schon mal geklärt. Allerdings wird in der Argumentation recht schnell klar, dass den meisten Menschen Datenschutz völlig egal ist. In meinen Kommentaren hieß es meist, diese nervigen Nerds sollen sich nicht so haben. Wir brauchen das jetzt ganz dringend. Datenschutz muss weichen. So oder so ähnlich. Ihr könnt das tatsächlich nachlesen. Von den Fans der Corona-Warn-App wurde die Luca-App in der Luft zerrissen, weil sie eben Daten sammelt. Und wenn man sich die Corona-Warn-App ansieht, wird schnell klar warum. Die CWA macht mittlerweile genau dasselbe und noch ein bisschen mehr wie die Luca-App. Sie können beide Check-Ins von Events tracken und falls jemand sich dort infiziert hat, eine Warnung an Beteiligte herausgeben. Die CWA kann sogar spontane Begegnungen in der Bahn zum Beispiel überwachen. Überwachen ist dabei schon das richtige Wort. Doch auch Überwachung kann freiwillig sein, denn die Daten verlassen niemals euer Handy. Die Kryptografie im Hintergrund verhindert, dass irgendjemand überprüfen kann, wo ihr wart. Technisch unvorhersehbare Marker werden mit kryptografischem Zufall auf eurem Gerät erstellt und an Geräte in der Nähe gesendet. Wird nun ein Kontakt als infiziert gemeldet, landen diese Codes von seinem Gerät beim Gesundheitsamt, aber auch nur, wenn der Kontakt das möchte. Ihr könnt dann völlig anonym einfach alle Marker über eine API herunterladen und überprüfen, ob ihr infiziert sein könntet. Von euch landen immer noch keine Daten auf irgendeinem anderen Gerät als eurem, außer natürlich den Markern, die man nicht auf euch zurückverfolgen kann. Und dennoch kann man sich basierend auf diesen Empfehlungen sogar testen lassen und für sich selbst Sicherheit schaffen. Der Grundgedanke ist also, was ich mache, wo ich war und mit wem geht niemandem etwas an, außer mir. Das System haben wir eigentlich als Trustless-System kennengelernt. Das ist ein System, das kein Vertrauen von irgendwem braucht. Denn die Geräte, die wissen nichts voneinander. Die Codes sind nicht vorhersehbar und damit nicht zurückverfolgbar, selbst wenn man möchte. Die Luca-App macht das umgekehrt. Standorte werden komisch verschlüsselt, irgendwie übermittelt und ihr werdet im Fall eines infektiösen Kontakts kontaktiert, damit man euch sagen kann, dass ihr euch testen sollt. Ihr habt also ein Trust-Based-System. Ihr braucht Vertrauen in die Luca-App, damit die nicht angreifbar sind. Denn falls sie das sind, landen die Daten, wo ihr wart bei Kriminellen und wo wir wissen ja, was die damit ungefähr machen, nämlich jährlich Milliarden verdienen. Ihr braucht Vertrauen in die Ämter, dass die euch nichts Böses wollen. Ihr braucht Vertrauen in alle Posten dazwischen. Und beide Systeme wollen und können eigentlich vereinfacht gesagt dasselbe. Dass auch das Vertrauen schon mehrfach missbraucht wurde übrigens, ist mittlerweile ja auch schon belegt worden. Darüber habe ich ja ebenfalls berichtet. Wir sehen aber, ein personenbezogenes Tracking ist eigentlich nicht erforderlich. Zumindest nicht dann, wenn die Entwickler technisch was drauf haben. Klar, ist schwerer zu entwickeln gewesen die CWA, das gebe ich zu. Aber grundsätzlich braucht man es nicht. Warum also hält sich der Gedanke so hartnäckig, dass Datenschutz etwas Nerviges und Doofes ist? Schauen wir uns doch mal die Data Science Schiene an. Denn wir wissen ja, Daten sind pure Macht. Mit genügend Daten kann ich Algorithmen entwickeln, die zum Beispiel herausfinden können, wo sich am meisten Personen infizieren, aus welcher Personengruppe sie stammen etc. Hier muss man ganz klar sagen, das kann vielleicht nützlich sein, kann aber auch schnell zu Stigmatisierung führen. Ein kleines Beispiel. Weiß ich eben, dass die Altersgruppe über 60 bei der Hospitalisierung aktuell zu knapp 45% geimpft sind. Und zudem weiß ich, dass die Impfquote etwas über 80% liegt. Dann kann ich mathematisch schlussfolgern, dass eine Impfung dazu führt, dass man achtmal seltener ins Krankenhaus kommt, wenn man geimpft ist. Eine Impfung ist also wirksam nach diesen Zahlen. Hier sind Daten mega nützlich. Sie sind im Endeffekt eigentlich aber auch nur ein Bruchteil von dem, was man erheben könnte. Und wenn man nicht genug Daten erhebt, dann verfälscht das natürlich meine Statistik und führt zu falschen oder ungenauen Informationen. Aber es beschwert sich hier auch tatsächlich niemand, dass bei einer Impfung das Alter erhoben wird. Und dass wir wissen, wie viele Menschen insgesamt in Deutschland wohnen und wie alt diese Menschen sind. Allein hieraus kann ich diese Statistik ableiten. Diese Daten sind also wirklich anonymisiert. Denn ich habe nicht die Informationen, dass Franz Müller, 72 Jahre alt, wohnhaft in Berlin-Mitte mit der Telefonnummer 04213371337 sich geimpft hat. Sondern ich weiß, dass sich eine gewisse Anzahl an Menschen mit einem gewissen Alter, beziehungsweise sogar nur einem Alter in einem Bereich, nämlich über 60, geimpft haben. Wie viele das sind? Keine Ahnung. Beziehungsweise wer genau das ist? Keine Ahnung. Wo sie wohnen? Keine Ahnung. Und wie sie heißen? Weiß ich auch nicht. Will ich aber auch gar nicht wissen. Oder vielleicht doch? Denn die Informationen sind schon nützlich, aber vielleicht nicht gerade ethisch nützlich. Sagen wir, Franz hätte sich geimpft. Oder er hätte sich nicht geimpft. Völlig egal. Das sind dann Informationen, die von extremen Befürwortern oder extremen Impfgegnern dazu genutzt werden könnten, ihn unter Druck zu setzen. Die Diskussion ist ja leider durchaus nicht mehr sachlich, sondern ausschließlich emotional mittlerweile. Dementsprechend kann es bei sehr sensiblen Informationen schnell zu Ausschreitungen kommen. Und ich glaube, das möchte man eigentlich vermeiden. Anderes Szenario. Stellt euch vor, ich bin mit Corona infiziert. Nutze die Luca-App. Was von beidem Schlimmer ist, dürft ihr mir sagen. Und besuche ein Event. Ich infiziere aus Unwissenheit und Nicht-Böswilligkeit Menschen. Und die geliebte Mutter eines Teilnehmers stirbt an der Infektion desjenigen, der auf dem Event war. Jo, sind diese Daten jetzt öffentlich oder werden zum Beispiel gehackt, ist mir eigentlich sein Zorn ziemlich gewiss. Vielleicht kommt er sogar zu mir und möchte mir im Gegenzug auch schaden. Alles im Rahmen des Möglichen, weswegen solche Daten sehr schützenswert sind. Als kleine Community-Aktivierung schreibt mir gerne mehr solcher Beispiele in den Chat. Was wir aber sehen können, ich habe nichts zu verbergen, allerdings nur so lange, bis ich was zu verbergen habe. Und das habe ich meist. Kleines Beispiel aus meiner Kindheit, denn da fängt sowas eigentlich auch schon an. Auch wenn wir beim Beispiel Infektionen bleiben. Ich habe kürzlich davon erfahren, dass ich scheinbar ein Superspreader war, was Windpocken angeht. Weil ich sie an einem Geburtstag eines Kindergartenfreundes hatte und nichts davon wusste. Niemand wusste davon. Eine Woche später hatten es alle und die Mutter macht mir scheinbar noch heute Vorwürfe. Wären besagte Daten gar nicht erst durch Angreifer oder andere erreichbar oder wären sie anonymisiert, sprich nicht auf mich zurückzuführen, hätte all das nicht passieren können. Ja, jeder hat etwas zu verbergen, auch wenn man sich dessen oft nicht bewusst ist. Und spätestens, wenn die bösen Hacker wieder Daten entwenden, wird es jedem bewusst. Denn das ist noch eine Sache, die uns zur Corona-Zeit verfolgt. Die Cyber-Angriffe werden jeden Monat mehr. Egal ob bezogen auf Corona oder nicht. Die Statistiken sind eindeutig mehr von allem. Mehr Angriffe insgesamt. Mehr professionelle Angreifer und schwierigerer Exploits. Mehr Schwachstellen gefunden. Mehr Durchbrüche via Social Engineering und mehr. Und hier sehen wir vor allem das nächste Problem in Deutschland. Die Angriffe auf Impfzentren oder Testzentren sind teilweise lächerlich. Und so verhält sich auch das Land an sich. Mal sind es versehentlich öffentlich gestellte Excel-Tabellen. Mal sind es E-Mails oder gar Faxe, die versehentlich an falsche Personen gesendet wurden. Und das ist auch der Grund, warum ich dieses Video auf diesem Kanal hochlade. Deutschland braucht euch. Jedes Land braucht euch. Wir haben so viele offene Stellen wie noch nie im Bereich Cyber Security ganz speziell. Und ehrlich gesagt, wir arbeiten auch etwas gegen Deutschland als Land. Denn selbst die, die die Gesetze erstellen, sind nicht Cyber Security aware. Zumindest viele davon nicht. Sie sind sich den meisten Risiken nicht mal bewusst. Wohingegen ihr, wenn ihr mal eine Risikoanalyse macht, gleich einige tausend Szenarien erstellt, an die nicht gedacht wurde. Da bin ich mir absolut sicher. Und das ist das größte Problem meiner Meinung nach. Dass ihr auf eurem Weg haben werdet. Ignoranz. Denn viele Menschen, Firmen und auch Behörden haben keine Lust, etwas für Cyber Security zu investieren. Weil man muss ja Geld investieren, welches man erstmal nicht wieder in Einkommen verwandeln kann. Dass das nur so lange aufgeht, wie man nicht angegriffen wird, wird vielen Behörden langsam klar. Wird vielen Firmen langsam klar. Und wird Privatpersonen natürlich auch klar, die zum Beispiel ihre Accounts verlieren und plötzlich ihre Existenz bedroht sehen. Daher mein Aufruf an euch. Seid ihr zu jung, um einen Job anzunehmen? Ihr könnt tatsächlich häufig einfach zum Spaß oder zur Übung zu einem Unternehmen, einer Behörde oder irgendeiner Institution gehen. Und dort mal gucken, was ihr alles findet. Ich meine es ernst. Geht einfach vorbei. Fragt, ob ihr da Wissen aus den Morpheus-Videos anwenden dürft, das ihr da gesehen habt. Und mal die Praxis ein bisschen exploren könnt. Ihr wollt ja Cyber Security Professionals zum Beispiel werden. Glaubt mir. Gegen einen Gratishacker wehrt sich quasi niemand. Und man kann so viel dabei lernen. Das ist unglaublich. Vielleicht könnt ihr was finden. Vielleicht könnt ihr aber auch einfach nur eure Skills verbessern. Mit einem Arbeitszeugnis von irgendeinem Betrieb habt ihr einen Vorteil wie sonst niemand. Das kann auch die Dönerbude von nebenan sein. Falls die eine Webseite haben natürlich. Oder ein Netzwerk. Solltet ihr auf der Suche nach einem Job sein, dann habe ich aber auch was für euch. Na? Wer ahnt es? Es geht natürlich um Get in IT. Ihr könnt euch dort kostenlos registrieren. Denn wie schon gesagt, Jobs gibt es viele. Menschen mit den Fähigkeiten sehr wenige. Ihr könnt dann eure Fähigkeiten in eurem Profil ausfüllen. Wo wir ja schon gemeinsam einige eingetragen haben. IT Security zum Beispiel bietet sich wunderbar an. Anschließend bewerben sich dann die Firmen bei euch. Wenn ihr das mitbringt, was sie suchen. Und ich wünsche euch ganz viel Erfolg und Glück bei der Suche. Auf das wir gemeinsam eine Zukunft erstellen, die nicht auf dem Bein des Datensammelns steht. Sondern durchdachtes und echte Lösungen bietet. Denn wenn die Datenschutzsache ein Problem ist, dann ist es keine echte Lösung mehr.